Keine Ahnung, ob wir den Flug schaffen. Den ersten. Oh je. Oh je, oh je, Mallorca. Oh je, oh je. 22.30 Uhr soll ich auf der Bühne sein. Ja. Wir haben es geschafft, ey. Okay, alles klar. 22.30 Uhr. 22.30 Uhr Mallorca, Alter. Oh Mann, wir haben es doch geschafft. Oh shit. Das muss echt nicht sein. Unsere beiden Koffer sind nicht mitgekommen. Jetzt habe ich gar nichts. Auf Mallorca einfach. Ich habe nichts. Ich meine Krone wieder. Es ist wieder echt übel. Ich weiß nicht, wir stehen hier am Band und es ist einfach nicht gekommen. Und ich habe gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier einen Abend einen Auftritt machen soll. Wie ich das machen soll. Einfach wieder wirklich Pech ohne Ende. Kann doch nicht sein, dass Mallorca Megapark Opening für mich zum Albtraumtrip wird, oder? Das kann echt nicht sein. Wir stehen als Einzige und unsere Koffer sind nicht da. Ich habe jetzt einfach wieder nichts. Nur das, was ich am Leib trage. Ich habe jeden Tag einen Auftritt einfach. Ich habe mich so drauf gefreut, morgen auf Opel. Ich habe nicht mal eine Krone dabei. Ich habe alles im Koffer. Da ist ja der Megapark. Wenn irgendjemand von euch da ist und eine Krone hat, bringt die doch bitte mit heute zum Auftritt. Ich würde mich so freuen. Dann habe ich wenigstens eine Krone für die nächsten Tage. Ich habe jeden Tag einen Auftritt. Ich wäre sehr dankbar, wenn man eine Krone mitbringt. Ehrlich, du hast bei mir für immer alles gut. Krone, Unterhose und sowas kriegen wir selber, gell, Schatz? Irgendwie rasieren mich heute halt mal nicht. Aber ich kriege schon alles hin. Aber eine Krone wäre ich sehr dankbar, wenn ihr heute auf der Bühne eine Krone dabei habt. Danke. Also wir haben nichts. Ich bin mit nichts hier jetzt. Aber wir haben echt viele, viele Menschen, die einem helfen wollen. Das ist wieder echt, echt toll. Schade nur, dass es wieder so eine kleine Airline ist, die einfach jetzt schon am Flughafen geschlossen hat. Wir wissen auch, wo die Koffer sind. Die sind in Stuttgart, stehen die noch. Sonst könnt ihr einfach abholen und einer könnte nachfliegen und uns die Koffer bringen. Irgendwie müssen wir das schaffen. Also irgendwie... Wie heißt die Airline? Wyoming. Wyoming. Noch nie gehört. Aber vielen Dank für alle, die immer so helfen wollen und sowas. Und dann mache ich halt den Auftritt heute. Vielleicht bringt mir jemand von euch eine Krone mit oder so. Das wäre schön, wenn nicht, dann bin ich halt da oberkörperfrei für euch am Start. Danke, danke. Ey Megapark, ihr könnt euch freuen. Krasse Gäste heute auf der Bühne am Start. 22.30 Uhr. Knossi. Die Show. In der Show Arena. Auch ohne Koffer und ohne Unterwäsche. Scheißegal. Es wird krass. Freunde, da ist Knossis Rettung. Der Mann war hier extra im Karnevalsladen. Hat eine Krone. Gut, sie ist nicht ganz 100% die Krone. Aber ich glaube, Knossi, das passt für heute Abend, oder? Megapark. 22.30 Uhr. Ey, bester Mann. Ich danke dir. Die Ruhe vor dem Sturm. Gleich geht's los. Irgendwo dann nach hinten zum Megapark. Krone habe ich auch. Es gab keine andere. Es gab nur die. Was soll ich machen? Und die goldene Brille habe ich? Helmut. Helmut goldene Brille. Ist gut. Helmut goldene Brille ist gut. Ich gehe so. Wir werden gleich trotzdem Spaß haben und abreißen. Ich freue mich auf euch. Megapark, gleich kommen wir. Überraschungsgäste auch dabei. Ready? Alle da. Alle da. Gentil laufen einfach spazieren. Und Megapark. Let's go. 22.30 Uhr. Reißen wir die verdammte Hütte ab. Weiter Wodka Bull drin. Gentle ready. Adam ready. Heißt aber, wenn ihr Adam sieht, nicht, dass es einen Livestream gibt. Sondern wir zeichnen heute ein paar Sachen auf. Sigi vom Megapark ready. Frau ready. Da ist die Frau. Eggers ready. Die Leute, die unten gerade sind in der Show-Arena. Leute, heute sind so viele Special-Gäste wieder am Start. Du gehst heute auch auf die Bühne. Ist mir scheißegal. Eggers wird heute singen. Ja, der wird singen. Ja, der wird singen. Ja, der wird singen. Jodi, Jodi. Jodi, Jodi. Ey, es wird krass. Ja, und da ist noch einer. Ey. Jetzt in die Show-Arena. Jetzt geht's los. Dass Marc Eggers auch so eine Krone mitgebracht hat. Legende. Ich sag's euch ehrlich. Show-Arena. Jetzt kommen wir. Das ist ultra krass. Die Arzen. Marc Eggers. Knossi. Auf einer Bühne. Ich geh nochmal zu Sigi ins Büro. Diesel mich einpuffern. Und dann geht's los. Hoo-rrr-rrr-rrrrrrrrrrr. Check out! Mallorca рублей! Klausi量. Bachroa. Magimus. São Rack. Sag mal hallo zu Instagram! Es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ihr gerade die Party des Jahres verpasst. Liebe Grüße nach Hause, liebe Runde. Leute, das war Megapark. Ich komme gleich zu euch. Ich mache kurz noch Sat1-Interview mit dem Mann, der aussieht wie Rafa Nadal in seinen besten Jahren. Sat1! Habt ihr noch den Ball? Ja, natürlich haben wir noch den Ball. Ich weiß, ich weiß. Ich mache noch kurz Sat1 über, warte mal, Bier, Schatz. Wie sieht das aus? Was denkt die Mutter dann? Alge, 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 Alge. Hör auf. Jetzt ist wichtig, jetzt ist wichtig. Matze, Matze, Knob, Matze, Knob, Matze, Matze, Knob. Matze, Matze, Knob, Matze, Knob. Matze, Matze, Knob. Guck mal, was der Megapark mir gemacht hat, weil ich keine Kleine und keinen Koffer habe. Ey, danke, dass ein paar Kronen dabei hatten, aber das waren nicht meine. Ich habe sie dann wieder im Publikum verteilt und ich will euch zeigen, James. Wait, wait, wait. Ich will euch den besten Mann zeigen. Hello. Das ist die Security vom Megapark. Das ist der beste Mann. For real, man. Nein, wirklich. James, this is, you never get this attention, but you are worse to get this attention. Okay, that's good. People, folgt dem Mann mal. You have Instagram. No, it's not working. Egal, wenn ihr im Megapark kommt, habt da mal einen Tipp, ein Trinkertchen. Mensch, für den James. Yeah, man. Das ist der beste Mann, Alter. Ich sage, der Typ ist eine Schande, wirklich. Ey, ich wüsste mich mal. Da macht sich auf einmal an Familienmitgliedern ran. Ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich schlimm, ey. Ich sage es dir nicht. Und meine Freundin unterstützt noch. Ja, zu Recht, zu Recht. Danke dir. Er hat ein gutes Bild hingelegt. Ja. Er hat ein gutes Bild hingelegt. Er hat mal eben als Essen. Willst du, was meine Freundin jetzt auch noch über dich gesagt hat? Sag es ihm. Sag mal. Ja, das habe ich dir vorhin schon gesagt. Du steckst die Zunge in jede. Nein. Du steckst die Zunge in jede. Mal Applaus dafür. Das ist falsch. Ich suche was Ärzte. Sag mir mal. Das steht auch später auf deinem Grab. Heute gehe ich einfach als Ballermann. Heute gehe ich einfach am Ballermann essen. Jodi, 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 jodi. Guck mal, da mein Albino, Bruder. Ich habe ihn gefunden auf Mallorca. Der Kapitän zu sehen, Alter. Au, 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 au. Hör mal, Krossi, vielen Dank für dein Handtuch. Es wäre besser als ein Schal. Geil, dass du im Megapack warst. Vielen Dank. Alles Gute für dich. Vielen Dank.